Wir sind noch hier hoch. Okay. Dann haben wir das hier. Gut. Dann sind wir wieder hier angelangt. Bedrohung entdeckt. Hm. Und genau da stecke ich jetzt irgendwie fest. Ich muss irgendwie dahin. Ich muss irgendwie dahin. So. Dann haben wir wieder ein Passwortschnipsel. Okay. Ich muss immer noch dahin. Dahin. Richtige Richtung langsam. Hm. Hm. Da. Ähm. zerrissenes Papier. Finde das Terminal. Jo. Ja. Wir haben ja jetzt auch den Weg frei. Genau. Da haben wir das ja auch hinbekommen. Und jetzt sind wir dann von da. Von da. Und jetzt sind wir wieder hier. Ja. Und wir haben auch gleich wieder Besuch. Wir haben es auf jeden Fall besser geschafft als letztes Mal. Okay. hier. Ich muss noch mal gucken. Ich muss da hoch. Wenn ich hier rein will. muss ich da hoch. Außer. Ich riskiere jetzt mal was. So. Versperrt. Ungültiges Passwort. Also. Wir haben irgendwo noch was übersehen an Passwörtern. Ähm. Wir haben irgendwo noch was übersehen an Passwörtern. Deswegen. Systematisch vorwärts gehen. Ich bin als erstes hier hoch. Ich geh erstmal links. Hier ist nichts mehr. Dann geh ich mal hier runter. Und. Hier ist auch nichts mehr. Von hier aus kam ich ja. Okay. Das hat sich schon erledigt. Der linke Gang hat sich erledigt. Da ist nicht. Okay. Dann. Geh ich jetzt hier runter. weiter. Erstmal. Ich geh erstmal nur links. Links. Und dann rechts. Okay. Hier ist auch nichts mehr. Gut. Jetzt geh ich mal den Weg. Scheiße. Ich wär fast raus geflogen. Boah. Gott. Pippi in der Hose. Ähm. Da ist das letzte. Okay. Da müssen wir hin. Um das Passwort vollständig zu haben. Okay. So. Dann haben wir jetzt hier. Melde dich beim Terminal. Wo ist er denn? Ich dachte er greift mich an. Hm. Der einzige Weg hier raus ist der hier. Oder? Noch ein anderer Weg? Nein. Ähm. Ich brauch aber deine Erfahrungspunkte. Also komm mal her. Ich muss mal Liebe mit dir machen. Oh. Das ist mal Liebe bis der Arzt kommt. So. Das kann ja dann nur hier sein. Oh Gott. Ich krieg immer die Christen wenn ich so was mache. Melde dich beim Terminal. Der Terminal war. Da. Da. Und dann hier raus. Und der Terminal war glaube ich hier. Super. Super. Ey. Das war meine Geburt um diesen Chip zu bekommen. Ey. Ehrlich. Ich. Oijai. 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 Oder vielleicht gibt es einige kleine kaltige Plastikabben, die ich jetzt auszupfen muss. Das war echt ne Geburt. Hat das seine stöhne Pornos hier rum zu liegen? hier steht jetzt lieferes den superchip am burkel werden wir auch machen aber das wollte ich gerade eigentlich machen speichern wollte ich gut burkel war im eichenlabor bei der decken eiche ich bin dein vater